Danke, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Der kleine Däumling Es war einmal ein armer Mann und eine arme Frau. Und weil sie sehr arm waren, hatten sie viele Kinder. Nicht weniger als sieben und alles Knaben. Der Älteste war nicht älter als zehn Jahre, der Jüngste war erst dreijährig. Das kam daher, dass der Storch, ein besonders starker Storch, ihnen manchmal zwei in einem Jahre brachte. Der Jüngste war klein, sehr klein, aber ganz außerordentlich klein. Und weil er, als er zur Welt kam, nicht größer war als ein Daumen, nannte man ihn den Däumling. Es ist das derselbe Däumling, der nachher so berühmt geworden. Aber das Sprichwort sagt, klein und keck schlägt die Großen weg. Der kleine Däumling war klug, klüger als alle seine Brüder, sprach wenig und hörte und merkte viel. Da kam eine große Hungersnot ins Land. Die armen Leute hatten kein Brot für die vielen Kinder. Und weil sie die Kinder nicht mit eigenen Augen vor Hunger sterben sehen wollten, dachten sie daran, sich ihrer auf gute Weise zu entledigen. Denn Not kennt kein Gebot, sagt ein anderes Sprichwort. Abends, als die Kinder schon zu Bette waren, sagte der Mann zu der Frau, Du siehst, es geht nicht länger. Wir werden die Kinder in den Wald führen und sie dort verlieren. In den Wald, rief die Mutter erschrocken. In den düstern, düstern Wald. Ach, meine armen Kinder. So schrie und weinte sie noch lange und wollte die Kinder nicht in den düstern, düstern Wald führen und sie dort verlieren. Aber am Ende begriff sie doch, dass sie das Elend nicht länger mit ansehen konnte. Und als eine gehorsame und brave Frau, die sie war, sagte sie, dass sie tun wolle, wie ihr Mann Befehler. Und darauf gingen sie schlafen. Aber der kleine Däumling hatte alles gehört. Wie er merkte, dass Vater und Mutter Geheimnisse besprachen, kroch er leise, leise aus dem Bette und unter den Schemel seines Vaters. Und da hat er alles gehört. In den Wald gehen? In den düstern, düstern Wald? Dachte der kleine Däumling. Und uns dort verlieren? Nein. Er legte sich aufs Ohr, dachte nach und stand früh am Morgen wieder auf. Er ging hinaus an den Bach und füllte sich die Taschen mit kleinen, weißen Kieselsteinen. Jetzt wollen wir mal sehen, dachte er und klopfte stolz auf die Tasche, als wären darin lauter Louis-Dore, die er sein Lebtag nicht gesehen hatte. Dann ging's in den Wald. Der Vater mit der Axt auf der Schulter voran. Die Mutter nach, dann die sieben Buben hintereinander, wie die Orgelpfeifen. Der kleine Däumling, der zuletzt ging, sagte nichts. Gar nichts, sagte er. Aber er dachte sich seinen Teil. Und wie sie in den Wald kamen, darin ist wirklich düster, sehr düster, ja so dunkel war, dass man kaum seinen Vordermann sah, ließ er nach und nach und ohne, dass es jemand merkte, die Steinchen fallen und säte sie so den ganzen Weg entlang. Gute Saat, dachte er, trägt gute Früchte. Und wie sie tief, tief drin im Walde waren, sagte der Vater, Jetzt, Buben, sammelt trockenes Holz, machet reisig Bündel und seid recht fleißig. Sie gehorchten, bückten sich alle und waren emsig bei der Suche. Vater und Mutter machten sich eine Ausrede, schlichen in die Gebüsche und da sie die Kinder nicht mehr sehen konnten, fingen sie an zu laufen und liefen immer, bis sie zu Hause waren. Als die Kinder merkten, dass sie allein und verlassen waren, in dem tiefen, tiefen Wald, fingen sie gewaltig an zu schreien und zu weinen. Der kleine Däumling schrie und weinte nicht und sagte auch nichts. Er saß auf einem abgesägten Baumstamm, steckte die Hände in die Hosentaschen und dachte, weint ihr euch nur recht aus? Dann sagte er, Jetzt ist genug geweint. Seid ihr Männer? Ich bin einer. Vater und Mutter haben euch hier stecken gelassen. Ich führe euch wieder heim. Auf, mir nach. Wie gesagt, so getan. Sie folgten ihm und er führte sie auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren und den er sich mit den Steinchen bezeichnet hatte, aus dem Walde bis vors Haus. Aber sie hatten nicht den Mut einzutreten. Sie legten die Ohren an die Türe und horchten. Da drin ging's hoch her. Der Gutsherr hatte mittlerweile zehn blanke Thaler geschickt. Die Mutter hatte Brot, Fleisch und Würste geholt, zehnmal so viel, als sie brauchten, denn sie waren sehr hungrig und die Augen gehen immer weiter als der Magen. Als sie sich voll und satt gegessen hatten, dass sie nicht weiter konnten, rief die Mutter, Ach, meine armen Kinder, wo sind jetzt meine armen Kinder? Gewiss hat sie schon der Wolf gefressen, die, weil sie selbst so gut essen könnten, wenn sie hier wären, wo sind meine armen Kinder? Sie rief das so oft, dass der Alte ungeduldig wurde und ihr zu schweigen befahl, weil ihn das Gewissen zu plagen anfing. Um dieses und die Frau, die sich nichts befehlen ließ, zum Schweigen zu bringen, hob er endlich die Hand auf, um sie zu prügeln. Sie aber rief immer, Wo sind jetzt meine armen Kinder? Als sie es so ungefähr zum zwanzigsten Male rief, sprang die Türe auf und die Kinder schrien alle zusammen, Hier sind wir, hier sind wir. Das war aber eine Freude, dass es gar nicht zu sagen ist. Umso mehr als die Kinder schnell ihre Schüsselchen holten und die Mutter ebenso schnell aus dem Kessel schöpfte und die Schüsselchen füllte. Die Kinder aßen und erzählten und erzählten und aßen und Letzteres so gut, dass nur vom Zusehen der Vater neuen Appetit bekam und die Mutter zum zweiten Male satt wurde. Die Freude dauerte noch die nächsten Tage hindurch, gerade so lange, wie die Zehntaler dauerten. Als diese dahin waren, kehrte das Elend zurück und Vater und Mutter beschlossen, die Kinder wieder in den Wald zu führen und zwar viel weiter als das erste Mal, um ihrer Sache sicher zu sein. Der kleine Däumling, der auf seiner Hut war und die Alten beobachtete, hatte auch diesmal ihr Gespräch belauscht. Gut, dachte er, jetzt weiß ich, wie man's macht. Aber er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht, denn als er gegen Morgen hinausschleichen wollte, an den Bach, um wieder Steinchen zu sammeln, war die Türe geschlossen und er konnte nicht hinaus. Gott verlässt die Seinen nicht, dachte er. Es wird sich schon was finden. Als sie dann in den Wald zogen und die Mutter jedem noch ein Stück Brot in die Tasche steckte, dachte er, siehst du wohl, da hast du das Brot. Waren es früher die Kieselsteine, so sind es jetzt die Brosämlein. Freilich würde ich sie lieber verschlucken, aber was ist zu machen? Man muss sich strecken nach der Decken. Diesmal ging's viel, viel tiefer in den Wald, an eine Stelle, wo es dicht und dunkel war. Ganz, ganz dicht. Ganz, ganz dunkel. Die Alten machten sich wieder eine Ausrede, krochen ins Gebüsch und fort waren sie. Da ging wieder das Gewein und Geschrei los und dabei sahen alle den kleinen Däumling an. Er war ruhig. Legte die Hände auf den Rücken und sagte nur, Vorwärts! Wie einer, der seiner Sache ganz sicher ist. Aber Hochmut kommt vor dem Fall. Die Brosamen, so er auf den Weg gestreut, hatten die Vögel aufgepickt. Keine Spur war mehr da und nun war guter Rat teuer. Dennoch gingen sie drauf los, aber je weiter sie gingen, desto mehr verirrten sie sich und desto tiefer kamen sie in dichten, tiefen, düstern Wald. Es regnete und der Wind heulte und sie glaubten, es wären die Wölfe, die so heulten und hatten große Angst. Besonders als es Nacht wurde, stockdunkle, pechraben-schwarze, mutterseelen-alleinige Nacht. Sie wussten nicht, wo aus, wo ein. Der kleine Däumling, immer der kleine Däumling voran, denn sein Grundsatz war, selbst ist der Mann, kletterte einen hohen, dicken Baum hinan, der alle anderen Bäume des Waldes überragte und blickte nach allen Seiten aus. Nach drei Seiten sah er gar nichts, aber von der vierten Seite her kam ihm aus der Tiefe, durch Gebüsch, aber noch aus weiter Ferne ein Lichtschimmer entgegen. Gut, dachte er, durch Nacht zum Licht und ließ sich wieder vom Baume heruntergleiten zu den Brüdern, die alle unten standen und hinauf sahen. Aber unten angekommen war's wieder nichts, denn das Licht war verschwunden. Doch hatte er sich die Richtung gemerkt und wanderte nach jener Seite, bergauf, bergab. Das Licht tauchte auf und verschwand wie ein Irrlicht. Sich nur nicht irre machen lassen, dachte der Däumling und die anderen stellsten hinter ihm her. So gelangten sie endlich an das Haus, aus dem das Lichtlein gekommen war und riefen und pochten. Eine gute Frau kam heraus und fragte, wer sie seien und was sie wollten. Hungrige, durchnässte, müde im Walde verirrte, arme Kinder sind wir. antwortete der Däumling. Und möchten um Gottes Willen um ein Stück Brot und ein Nachtlager gebeten haben, ohne jemand genieren zu wollen. Ach, ihr armen guten Kinderlein, rief die Frau und fing zu weinen an. Wisst ihr denn auch, wohin ihr geraten seid? In diesem Hause wohnt ein Riese, der die Kinder frisst. Da fingen sie alle an, vor Angst zu zittern, auch der Däumling. Doch, sagte er, es ist gewiss nicht schön, Kinder zu fressen, noch weniger schön ist es, gefressen zu werden, und zwar als Kind. Aber was ist zu tun? Draußen ist's finster und sind die Wölfe, so gehen wir doch lieber ins Haus. Vielleicht gelingt es dir, gute Frau, das Herz deines Gatten zu rühren, vielleicht hat er eben keinen Appetit. Auch sind wir so mager und ich bin so klein. Man muss es wagen und sehen, wie es weitergeht. Gewöhnlich werden doch nur die gefressen, die sich fressen lassen. Die gute Frau ließ sich überreden, hoffend, die Kleinen während der einen Nacht vor dem Riesen verbergen zu können. Sie führte sie in die Stube und setzte sie ans Feuer, wo ein ganzer Hammel am Spieße stak, dass sie sich wärmen und trocknen sollten. Aber kaum hatten sie sich's ein wenig gemütlich gemacht, als sich draußen schwere Schritte und an der Türe ein furchtbares Gepolter hören ließen. Da kommt der Riese, mein Mann, rief die Frau erschrocken und schob rasch die Kinder und das Bett. Der Riese fragte sogleich, ob das Nachtessen fertig, ob genug Wein abgezapft sei, lauter solche Fragen. Er setzte sich an den Tisch und verzehrte den Hammel, der noch ganz blutig war. Der kleine Däumling, der ihn von unter dem Bette aus beobachtete, dachte, nun, der kann essen, für den ist ein Mann wie ich nur ein Bissen, aber wenn er mich frisst, so soll er mich wenigstens nicht verdauen. Als der Riese mit Essen fertig war, erhob er die Nase und fing an, nach allen Seiten herumzuschnüffeln. Ich rieche, rieche Menschenfleisch, sagte er unheimlich. Es wird wohl nur das Kalb sein, sagte seine Frau. Das Kalb, das ich für dich abgezogen habe. Schweig, rief der Riese zornig. Darauf verstehe ich mich. Ich rieche, rieche Menschenfleisch. Und so sprechend ging er, immer schnüffelnd, geraden Weg seiner Nase folgend, auf das Bett los. Ach, treuloses Weib, schrie er sichtlich entrüstet. Du hast Geheimnisse vor mir, willst mich täuschen, du rücksichtsloses, pflichtvergessenes Weib. Nichts als deine Magerkeit hält mich ab, sonst fräße ich dich selber. Sein Gesicht klärte sich wieder auf, wie er einen Knaben nach dem anderen unter dem Bette an den Beinen hervorzog. Herrlicher Bissen, prächtiges Wildbret, murmelte er und leckte sich dabei die Lippen ab. Das trifft sich gut, da ich gerade drei Riesen, meine Freunde, dieser Tage zu Tische habe. Die armen Kinder schrien, umklammerten seine Knie und Füße und baten um ihr Leben, während das Ungeheuer sie betastete, die guten Bissen lobte und nur von der Soße sprach, in der sie genossen werden müssten. Es war gerade einer der furchtbarsten Menschenfresser. Er zog sein großes Messer, schliff es und packte dann einen der Knaben, als seine Frau sagte, Aber warum willst du sie heute schon schlachten? Ist nicht Morgenzeit? Was du heute tun kannst, verschiebe nicht auf morgen, antwortete der Riese. Aber es ist noch so viel Fleisch da, Kälbernis, Schweinernis, Schöpsernis, das geht dir alles verdorben. Das ist richtig, also füttere sie gut, dass sie mir nicht abmagern und bringe sie dann zu Bette. Zeit gewonnen, alles gewonnen, dachte der Däumling und ließ sich's schmecken. Dann folgte er mit den Brüdern der guten Frau in die obere Stube, wo sie sich alle sieben in ein großes, breites Bett legten. In derselben Stube, in einem gleich großen, breiten Bette, schliefen die sieben Töchter des Riesen, Junge, ebenfalls zum Menschenfleischessen geborene Riesinnen. Sie sahen sehr wohlgenährt, hübsch und frisch aus, wie alle, die von anderen leben. Ihre Vorderzähne waren sehr lang und gingen breit auseinander, was ihre Bestimmung und Nahrungsweise verriet. Noch waren sie nicht sehr bösartig, aber sie berechtigten zu den schönsten Hoffnungen, denn wo sie ein Kind erwischen konnten, bissen sie drein. Auf ihren Köpfen trugen die sieben Mädchen sieben Kronen. Das bemerkte der kleine Däumling sogleich, und kaum hatte die gute Frau die Stube verlassen, als er ihnen die Kronen abnahm und ihnen dafür sieben Mützen, seine eigene und die seiner Brüder, aufsetzte. Sie merkten nichts davon, da sie einen riesig tiefen Schlaf hatten, sich und den Brüdern aber, welche ebenfalls bereits schliefen, setzte er die sieben Kronen auf. Man kann nicht wissen, wozu das gut ist, dachte er. In seiner Herzensfreude über den guten Fang hatte der Kinderfresser etwas zu tief ins Glas gesehen, und als er sich endlich ins Bett gelegt, ließ ihn der Gedanke an die guten Braten nicht schlafen. Er warf sich unruhig hin und her und konnte kein Auge schließen. Ich würde wohl besser schlafen, wenn ich die Sache vom Herzen hätte, dachte er. Das Gute und Nützliche soll man nicht aufschieben. Er erhob sich leise, nahm das Messer und schlich sich, um seine Frau, deren Widerspruch er fürchtete, nicht zu wecken, im Dunkeln davon. Er tappte die Treppe hinauf in das Kinderzimmer und an das Bett der Knaben. Weiter tappend fühlte er die Kronen. Teufel, sagte er, da hätte ich was Rechtes angerichtet, hätte beinahe meine eigenen Kinder abgeschlachtet, anstatt der fremden Buben. Siehst du wohl, dachte der kleine Däumling, der noch wachte. Der Riese tappte sich weiter an das andere Bett und als er da die Bubenmützen fühlte, sagte er, aha, jetzt bin ich an den Kerlchen. Drauf los! Und so sprechend schnitt er den sieben Kinderfresserinnen der Zukunft ihre sämtlichen Kehlen ab und beruhigt ging er in sein Bett zurück und schnarchte bald so gewaltig, dass die Wände zitterten. Schlaf wohl, sagte der Däumling, wie er ihn schnarchen hörte, weckte seine Brüder, lispelte ihnen leise zu, sich in aller Stille anzukleiden und ihm zu folgen. Sie schlichen die Treppe hinab in den Hof, der Däumling immer voraus, sprangen über die Mauer und fort ging's in den Wald hinein aufs Geratewohl. Überall besser, selbst im wildesten Wald, als bei bösen Menschen. Als der Riese spät am Morgen erwachte, sagte er schmunzelnd zu seiner Gattin, geh mal nauf und putz mir die sieben Buben recht schön heraus. Sie tat, wie er sagte, aber als sie in die Stube trat und die sieben Mädchen mit abgeschnittenen Kehlen daliegen sah, stieß sie einen gewaltigen Schreckens- und Schmerzensschrei aus und fiel in Ohnmacht. Auf den Schrei und Fall eilte der Riese herbei, sah die Bescherung und fluchte heidenmäßig. Meine sieben Meilenstiefel, meine sieben Meilenstiefel, schrie er und schrie es noch immer, als er sie schon in der Hand hatte und auf die Beine zog. Die Spitzbuben sollen mir nicht entgehen und den Streich büßen. Die sieben Meilenstiefel waren eine der schönsten Erfindungen der alten Zeit, nur befanden sie sich leider nicht immer in den besten Händen. Wer sie an den Füßen hatte, legte mit jedem Schritt sieben Meilen zurück, also mit zehn Schritten nicht weniger als siebzig Meilen. Da ist die Eisenbahn nichts dagegen, obwohl wir uns so viel darauf einbilden. Mit diesen sieben Meilenstiefeln stieg der Riese über Berg und Tal, hin und her, kreuz und quer, immer nach den Knaben suchend. Diese waren schon in der Nähe ihrer Heimat, als sie den fürchterlichen Mann dahinstiefeln sahen, über hohe Berge und breite Ströme und unendliche Wälder dahinschreitend, als wäre es nichts. Ach, da wurde ihnen ganz weh zumute. Sie befanden sich gerade an einem Felsen mit einer Höhle, da schob sie Däumling alle hinein und sich auch, nur, dass er das kleine Köpfchen herausstreckte, um zu beobachten, was der Schreckliche anfangen oder ob er sich aus der Gegend verziehen werde. Der Riese, der in seiner Wut arg hin- und hergelaufen war, fühlte sich etwas müder, legte sich auf den Felsen, entschlief und schnarchte bald so fürchterlich wie in der letzten Nacht. Däumling, der dieses Geschnarch schon kannte, sagte zu seinen Brüdern, Jetzt ist nichts zu fürchten. Macht euch auf die Strümpfe, laufet nach Hause, grüßet mir Vater und Mutter und seid meinetwegen nicht besorgt. Ich werde mit so einem Kerlchen wie dem Riesen schon fertig. Selbst ist der Mann. Die Buben liefen, was sie konnten und waren bald zu Hause. Däumling aber zog dem Riesen sachte, sachte die sieben Meilenstiefel von den Füßen und zog sie selber an. Sie saßen ihm wie angegossen, denn sie hatten die Eigenschaft, sich nach Bedürfnis auszudehnen oder zusammenzuziehen und passten auf den Fuß jedes jeweiligen Besitzers. So, sagte der Däumling, die hätten wir denn. Jetzt wollen wir sehen, wie weit wir es mit sieben Meilenstiefeln bringen. Ein Esel, wer an der Krippe steht und nicht frisst, wer die Mittel zum Glück hat und nicht sein Glück macht. So sprechend war er bereits auf dem Wege zu dem Hause des Riesen und er hatte noch nicht ausgesprochen, so stand er schon vor dessen Tür. Euer Mann, gute Frau, sagte er zu dem Weib des Menschenfressers. Ist mehreren noch stärkeren Riesen in die Hände gefallen, die ihm den Hals abschneiden wollen, wenn er nicht seine ganze Barschaft ausliefert. Im Augenblick der Gefahr sah er mich vorbeikommen und als alten Bekannten bat er mich, die Bestellung an euch auszurichten. Und weil es Eile hat und zugleich um mich bei euch zu begläubigen, gab er mir die sieben Meilenstiefel, die ihr da an meinen Füßen seht und die mir prächtig sitzen, saget selbst, wie angegossen. Also nicht lange gefadet und heraus mit allem Baren. Die gute Frau besann sich nicht lange und gab alles her und mit den Schätzen beladen, eilte der Däumling heim zu Vater, Mutter und Brüdern und das war wieder einmal eine Freude des Wiedersehens, dass es nicht zu sagen ist. Mit den Schätzen des Riesen konnten nun die armen Leute trotz aller Hungersnot herrlich und in Freude leben und das taten sie auch gewissenhaft und luden alle armen Leute und Nachbarn dazu ein. Aber Däumling sagte, ich bin keine Schnecke, die immer das Haus auf dem Buckel hat und wenn man sieben Meilenstiefel hat, muss man seinen Weg machen. Das ist nur recht und billig. Ich gehe zum König und werde Kurier. Der König war über die Maßen froh, einen solchen Kurier zu haben, der ihm täglich einige Male Nachricht von seiner Armee, die fern im Felde stand, bringen konnte, denn schon damals waren die Leute so dumm, Kriege zu führen. Es war für den König sehr bequem, seine Soldaten von seiner Stube aus kommandieren zu können, vor den Kugeln sicher, nichts von Regen und Kälte und Ermüdung zu leiden und doch ein großer Feldherr zu sein. Dafür war er dem Däumling sehr dankbar und bezahlte ihm jeden Weg aufs Beste. Als endlich der Friede geschlossen und der König vor die Stadt geritten war, um einen feierlichen Einzug in die Stadt zu halten, ernannte er den Däumling zum Gesandten. So war der kleine Däumling ein großer Herr geworden und in seinem Wappen standen in goldenen gotischen Lettern die Worte Selbst ist der Mann. Der gestiefelte Kater oder Meister Kater von Charles Pyrrho Erbschaft alleine tut's nicht. Kleines Erbe hat oft schon mehr genützt als Großes und keines mehr als Kleines. Auf eigenen Füßen kommt man weiter als auf Stelzen und eigene zwei Beine sind sicherer als die vier eines Rosses, das tausend Louis-Dor kostet. Wir alle kennen Millionäre, deren Väter nicht das Brot hatten und Bettler, deren Großväter in Palästen wohnten. Etwas Grütze im Kopf ist mehr wert als große Ländereien außerhalb des Kopfes und etwas Mutterwitz mehr als alles Mütterliche und Väterliche zusammengenommen. Der erste Taler ist schwerer zu verdienen als die zweite Million und alle Millionen sind leichter auszugeben als der erste Taler zu erwerben und behalten ist bekanntermaßen noch schwerer als erwerben. Ein Müller hatte drei Söhne und den drei Söhnen hinterließ er eine Mühle, einen Esel und eine Katze. Der Älteste nahm nach dem Rechte der Erstgeburt die Mühle, der Zweite den Esel, blieb für den Jüngsten nichts als die Katze. Das war eine leichte und natürliche Teilung und die Advokaten und Gerichte verdienten nicht viel dabei. Eine Katze, rief der Jüngste unzufrieden. Eine Katze? Was tue ich mit einer Katze? Das ist für die Katz. Wär's noch eine Geldkatze? Was nützt es mir, dass die Katze Mäuse fängt? Fressen doch die Mäuse nicht meinen Speck. Schlage ich sie tot, habe ich höchstens ein Katzenfell, aus dem ich mir eine Pelzmütze machen lasse, während ich mit nackten Füßen herumlaufe. Was nützt ein warmer Kopf bei kalten Füßen? Wenn ich zum Fenster hinaus sehe, werden die Leute sagen, der hat's gut, er hat eine Pelzmütze. Aber wer mich ganz sieht, wird über mich lachen oder mich bedauern. So dachte er nach der Art der Leute, die mit ihrem Los wie mit ihrer Erbschaft unzufrieden sind. Der Kater, der ihm zuhörte, tat nichts dergleichen, spielte nicht den Beleidigten und sagte mit einer Miene, die ihrer Sache sicher ist, Seid nicht so traurig, mein Herr und Gebieter. Gebt mir nur einen Sack und lasst mir ein paar gute Stiefel machen, dass ich ins Gestrüpp gehen kann und ihr werdet euch überzeugen, dass der schlechteste Teil der Erbschaft nicht euch zugefallen ist. Der Herr des Katers zuckte mitleidig die Achse und gab nicht viel auf diese Worte. Indessen aber hatte er so oft Gelegenheit, die Klugheit und Geschicklichkeit des Katers beim Mäusefangen zu beobachten, dass er dachte, man kann nicht wissen, oft schon hat ein geschickter Diener seinen Herrn aus der Not gerissen und manch ein König dankt sein Reich einem Minister, der ursprünglich ein verachteter armer Teufel gewesen. So tat er dann, wie der Kater sagte. Als der Kater hatte, was er wünschte, zog er die Stiefel an und hängte den Sack um, den er mit Kleie und allerlei Spürlicht anfüllte. Die Schnüre des Sackes nahm er zwischen die Vorderpfoten und machte sich auf den Weg und ging in ein Gehege, wo es von Kaninchen wimmelte. Dort angekommen, legte er sich wie tot hin und wartete, ob nicht irgendein junges, unerfahrenes, mit den Listen und Tücken der Welt noch unbekanntes Kaninchen komme, um von den Lockspeisen zu kosten, die er in seinen Sack getan hatte. Er hatte sich kaum ausgestreckt, als er seine List schon gelingen sah. Ein junger Leichtsinn von Kaninchen schlüpfte in den Sack. Meister Kater zog die Schnüre zu, fing es und tötete es ohne Gnade und Barmherzigkeit. Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um, sagte er dabei in moralisch und fromm näselndem Tone. Stolz auf seinen Sieg ging er geraden Weges zum Hofe und verlangte den König zu sprechen. Man führte ihn in die innersten Gemächer seiner Majestät, wo er sich tief verneigte und also sprach. Mein König, hier habe ich die Ehre, ein ganz ausgezeichnetes Kaninchen, aller Devotest im Auftrage meines Herrn und Gebieters, des Marquis von Habenichts, als Zeichen seiner Treue und Untertänigkeit zu überreichen. Sag deinem Herrn, beruhte der König zu antworten, dass ich ihm danke und dass ich ihm in Gnaden gewogen bleibe. Bald darauf legte sich der Kater in ein Kornfeld, öffnete seinen Sack, zog die Schnur, als zwei Rebhühner hineingeschlüpft waren und fing sie alle beide. Sogleich lief er wieder zum König und übergab ihm die Rebhühner, wie das erste Mal das Kaninchen, im Namen seines Herrn. Der König dankte wieder und ließ ihm ein Trinkgeld verabreichen. So trieb es der Kater durch mehrere Monate, indem er dem König jeden Augenblick wild brät von den Jagden seines Gebieters, den Marquis von Habenichts als Zeichen seiner Treue und Untertänigkeit überreichte. Eines Tages, da er in Erfahrung brachte, dass der König mit seiner Tochter, einer der schönsten Personen der Welt, längs des Flusses eine Spazierfahrt machen sollte, sagte der gestiefelte Kater zu seinem Herrn, wenn ihr jetzt auf meinen Rat hören wollt, ist euer Glück gemacht. Geht hin und badet im Flusse an der Stelle, die ich euch bezeichnen werde. Im Übrigen lasset mich machen. Der Marquis von Habenichts tat nach dem Rate seines Katers, ohne zu wissen, wohin es führen sollte. Während er badete, kam der König vorbei und da fing der Kater aus Leibeskräften zu schreien an. Zu Hilfe, zu Hilfe, der Marquis von Habenichts ertrinkt! Auf dieses Geschrei streckte der König den Kopf zum Wagenfenster heraus. Er kannte den Kater, der ihm so viele Geschenke gebracht, und befahl seinen Garten, dass sie dem Marquis von Habenichts zu Hilfe eilten. Während man mit der Rettung des armen Marquis beschäftigt war, näherte sich der Kater der Leibkarosse und erzählte dem König, dass während jener sich badete, Diebe seine Kleider davongetragen, obwohl er mit aller Macht »Haltet den Dieb!« geschrien, und dass jetzt der arme Marquis dastehe, wie ihn Gott geschaffen. Der Spitzbub von Kater hatte die Lumpen seines Herrn unter einem großen Stein versteckt. Der König befahl sofort dem Beamten seiner allerhöchsten Leibgarderobe, dass man augenblicklich für den Herrn Marquis von Habenichts einen seiner schönsten Anzüge herbeischaffe. Er überhäufte den Marquis währenddem mit allen möglichen Gunstbezeugungen, und da die Kleider, die man indessen herbeibrachte, ihm, der ohnehin schon von Natur ein schöner Junge war, trefflich standen, fand ihn die Königstochter ganz nach ihrem Geschmack. Der Marquis von Habenichts brauchte ihr nur einige aus Hochachtung und Zärtlichkeit gemischte Blicke zuzuwerfen, um sie ganz und bis zur Narrheit verliebt zu machen. Der König lud ihn ein, in den Wagen zu steigen und an der Spazierfahrt teilzunehmen. Da saß er nun der Prinzessin gegenüber und so nah, dass sie als kurzsichtige Person in seinen Augen hätte lesen können, was drin stand und nicht stand. Jetzt dachte der Kater, jetzt blüht unser Weizen und lief, was er konnte, dem Wagen des Königs voraus, bis er an eine große Wiese kam, die eben von den Bauern abgemäht wurde. Er stellte sich in ihre Mitte und hielt eine gewaltige Volksrede, in der er ihnen alles mögliche Gute versprach und die so endete. Edles Volk, Bürger, freie Menschen, ehrliche Landsleute, so ihr jetzt, wenn der König, unser allergnädigster Herr, hier vorbeikommt, nicht alle und einstimmig behauptet, dass die Wiese, die ihr abmäht, dem edlen Marquis von Habenichts gehört und von jeher gehört hat, so werdet ihr samt und sonders ohne Gnade und Barmherzigkeit in die Pfanne gehauen. Nachdem er so die Volksstimme, Volkesstimme, Gottesstimme, dachte er bei sich, vorbereitet hatte, eilte er weiter, damit der König ja nicht sehe, auf welche Weise das Volk für seine Abstimmung dressiert wurde. Der König verfehlte nicht, die braven Landleute zu fragen, wem die Wiese gehöre. Sie antworteten alle aufs Freimütigste, unserem gnädigen Herrn dem Marquis habe nichts. Sie haben da ein recht schönes Stück Land, Herr Marquis, bemerkte der König. Zu dienen, Majestät, ein recht einträgliches Stück Feld, schmunzelte der Marquis bescheiden. Der gestiefelte Kater, immer dem Wagen des Königs voraus, begegnete wieder Landleuten, die auf einem Felde ernteten. Er hielt wieder eine herrliche Volksrede, die wieder so endete. So ihr nicht, wenn der König, unser allergnädigster Herr, hier vorbeikommt, alle und einstimmig behauptet, dass all diese Kornfelder dem edlen Marquis von Habenichts gehören und immer gehört haben, so werdet ihr samt und sonders ohne Gnade und Barmherzigkeit in die Pfanne gehauen. Der König, der gleich darauf vorüberfuhr, tat, wie er gewohnt war, fragte und erhielt die anbefohlene Antwort, in dem alle Bauern zusammen schrien, Diese Felder alle gehören und haben immer gehört unserem gnädigen Herrn, dem Marquis von Habenichts. Der König sagte dem Marquis aufs Neue Schmeichelhaftes über die Größe, Schönheit und Einträglichkeit seiner Besitzungen. Der Kater lief immer voraus, befahl allen, denen er begegnete, dasselbe, und der König staunte mehr und mehr über den großen Reichtum und die ausgedehnten Ländereien des Herrn Marquis von Habenichts. So kam der Kater, immer vorauseilend, vor das Schloss eines der reichsten Oger, dem alle die Güter, die der König auf seinen Wegen bewunderte, gehörten. Der Kater hatte sich betreffs der Person und der Fähigkeiten des Ogers genau unterrichtet und bat um eine Audienz, in dem er versicherte, dass er am Schlosse seiner Herrlichkeit unmöglich vorbeireisen könne, ohne hoch deroselben seine Aufwartung gemacht zu haben. Der Oger empfing ihn so freundlich, wie ein Oger sein kann und lud ihn ein, sich zu setzen. Man erzählt sich im Volke, nahm der Kater das Wort, dass euer Gnaden die Kunst besitzen, jede beliebige Tiergestalt anzunehmen, zum Beispiel sich in einen Elefanten oder Löwen zu verwandeln. Das wird wohl eine Sage sein, wie man sie von bedeutenden Männern zu erzählen pflegt. Ich gestehe, dass ich dergleichen als aufgeklärter Kater nicht glauben kann. Nicht glauben? rief der Oger entrüstet. Du wirst wohl daran glauben müssen. Und augenblicklich verwandelte er sich in einen Löwen. Den Kater ergriff ein solcher Schreck, dass er zum Fenster hinaus sprang und sich über die Dachrinne retten wollte, wobei er sich, von seinen für dergleichen Wegen nicht gebauten Stiefeln behindert, beinahe den Hals gebrochen hätte. Erst als er das höhnische Gelächter des Ogers vernahm und sich überzeugte, dass dieser den Löwen wieder abgelegt hatte, kehrte er zu ihm zurück mit den größten Komplimenten über seine wunderbaren Künste. Aber, fügte er hinzu, man sagt, dass euer Gnaden sich auch in kleine Tiere, wie zum Beispiel in eine Ratte oder Maus verwandeln könnten. Das halte ich für platterdings unmöglich. Unmöglich? rief der Oger. Gleich war er eine Maus und schlief über das Parkett hin. Da machte der Kater einen Sprung und aus war es mit der Maus und mit dem Oger für immer. Die Maus ist für die Katze und wenn ein Riese sich auch nur für einen Augenblick klein und schwach zeigt, kann er sicher sein, gefressen zu werden. Unterdessen fuhr der König über die Zugbrücke in das Schloss, dessen Pracht ihn schon von Ferne angezogen hatte. Der Kater hörte das Gerumpel und Getrampel, eilte hinab und hieß seine Majestät im Schlosse seines Herrn, des Marquis von Habenichts, hochwillkommen. Wie, Herr Marquis, auch dieses Schloss ist euer Eigentum? rief der König. Man kann nichts Schöneres sehen als dieses Tor, diese Türme, diesen Hof, diese Treppen. Da müsst ihr mich schon einige Zeit zu Gast nehmen. Der Marquis von Habenichts gab der Prinzessin den Arm und folgte dem König, der die Treppen hinaufstieg, in einen Saal, wo der Oger für seine Freunde, die er diesen Tag erwartete, ein großes Gastmahl bereitet hatte. Man setzte sich zu Tische und war lustig und guter Dinge. Nur die Prinzessin war etwas melancholisch und das kam von der Liebe, die sich von Stunde zu Stunde in ihrem Herzen immer breiter machte. Der König bemerkte das und diese Bemerkung in Verbindung mit der anderen, dass der Marquis von Habenichts wohl einer der reichsten Grongen des Landes sei, bewog ihn beim sechsten oder siebten Glas zu dem Ausruf, Wenn ihr mein Eidam werden wollt, Herr Marquis, ich wüsste nicht, dass dem etwas im Wege stünde. Darauf lachte der König wie über einen Witz. Der Marquis nahm die Sache ernst und noch denselben Abend wurde er des Königs Schwiegersohn. Der gestiefelte Kater wurde Minister und ging nur noch zu seinem Vergnügen auf die Mäusejagd. Denn nur ein gemeiner Emporkömmling verleugnet die Freuden seiner Jugend. Das Rotkäppchen Es war einmal ein kleines Mädchen, ein herziges Ding, das alle Welt lieb hatte. Am liebsten hatte es die Großmutter. Die kaufte ihm ein Mäntelchen mit einer roten Kapuze daran und danach hieß es Rotkäppchen. Eines Tages, da die Mutter Kuchen gebacken, sagte sie zu Rotkäppchen, Rotkäppchen, die Großmama ist krank, geh hin und erkundige dich, wie es ihr geht und bringe ihr hier den schönen Kuchen, solange er noch frisch ist, und etwas Wein und Butter dazu und allerlei gute Sachen, die ich in das Körbchen packe. Rotkäppchen ging immer gerne zur Großmutter, obwohl es ein langer Weg war. Denn man weiß ja, wie die Großmütter die Enkelchen lieben, und das Enkelchen möchte ich sehen, das nicht auch die Großmutter lieb hätte. Ehe es ging, sagte noch die Mutter, Kind, Kind, geh immer gerade aus, sieh nicht rechts, nicht links, und lasse dich durch niemanden vom geraden Weg ablocken. So ungefähr sagen ja die Mütter immer, wenn die Töchter hinausgehen. Manchmal nützt es, öfter auch nicht, denn die besten Reden sind ja aus Luft gemacht. Wie Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihr der Gefatter Wolf. Sie hatte keine Angst, denn sie war ein unschuldiges Ding, das noch nicht wusste, was ein Wolf ist. Er aber verstand sich ganz wohl auf einen guten Bissen, und er hätte sie am liebsten gleich aufgefressen, wenn nicht Leute in der Nähe gewesen wären, die er fürchtete. Da machte er sich so an sie, wie man zu tun pflegt, mit gleichgültigen und freundlichen Reden. Guten Morgen, Rotkäppchen. Wohin des Weges? Danke schönstens. Ich gehe zur Großmutter, die ist krank, und ich bringe ihr frischgebackenen Kuchen von meiner Mutter und Butter und Wein und allerlei gute Sachen. Wohnt sie weit von hier, deine Großmutter? Oh ja, recht weit, hinter dem Walde an der Mühle vorbei, im ersten Hause vor dem Dorfe. Nun, da sie krank ist, sagte der Wolf und schlägte fromm die beiden Vordertatzen ineinander. Nun, da sie krank ist, will ich sie auch besuchen. Ich mache gerne Krankenbesuche, tröste die Leidenden und spreche ihnen von Gottes Wort. Gehe du nur gerade aus, liebes Rotkäppchen, siehe nicht rechts, nicht links, und lasse dich durch niemand vom geraden Weg ablocken. Ich will nur noch einen Krankenbesuch machen, dann komme ich dir nach. Der gute Wolf, dachte Rotkäppchen, er spricht gerade wie meine Mutter. Aber wie viel muss er zu tun haben, wenn er alle Leidenden trösten will? Es gibt doch recht gute Seelen. Und wie er sich beeilt, um Gutes zu tun, läuft er doch, als könne er es nicht erwarten. Während sie so dachte, lief der Wolf in der Tat, etwas erlaufen konnte, aber nur um Rotkäppchen einen Vorsprung abzugewinnen und vor ihr bei der Großmutter anzukommen. Rotkäppchen sah viele schöne Blumen im Walde stehen. Die pflückte sie und steckte sie in die Butter und in den Kuchen. Dann wandte sie Kränzchen und schlang sie um die Flasche, um alles recht schön aufzuputzen. Dann guckte sie manchem Vöglein ins Nest und wunderte sich, wie die Jungen die gelben Schnäbel so weit aufmachten. Sie brach kleine Kuchenstücke ab und steckte sie ihnen hinein. So, dachte sie, tue ich auch etwas Gutes, denn die Vöglein sind gewiss hungrig. Wein darf ich ihnen nicht geben, ich bekomme ja auch keinen, denn er ist nicht für die Jugend. Der Wolf hatte indessen seine Zeit nicht verloren mit Blumen pflücken, Kränzlein winden, Nestlein gucken, denn die Bosheit eilt, als ging's ins Paradies und war vor dem Hause der Großmutter angekommen und klopfte an die Türe. Top, top. Wer ist draußen? fragte die Großmutter mit ihrer schwachen Stimme. Ich bin es, das Rotkäppchen, ich bringe dir Wein und Kuchen und allerlei gute Sachen. Drück die Klinke und sie wird springen. Der Wolf drückte die Klinke und sie sprang und er warf sich auf die arme Großmutter und verschlang sie in einer Minute, als wäre es nichts. Dann tat er ihre Kleider an, setzte ihre Haube auf, zog sie tief ins Gesicht, schloss die Türe, legte sich in das warme Bett und wartete. Hat schon die alte magere Großmutter gut geschmeckt, dachte er. Wie wird erst das appetitliche Rotkäppchen schmecken? Ich sehne mich nach ihr. Ich liebe sie zum Fressen. Rotkäppchen ließ nicht lange auf sich warten. Top, top. Wer ist da draußen? fragte der Wolf und gab sich alle Mühe, die Stimme der Großmutter nachzuahmen. Ich bin es, das Rotkäppchen. Ich bringe dir Wein und Kuchen und allerlei gute Sachen und viele Blumen. Drück die Klinke und sie wird springen. Rotkäppchen drückte die Klinke und trat ein. Die Stimme der Großmutter klang ihr etwas verdächtig und in der Stube war eine sonderbare Luft, fast wie in einer Menagerie. Es wurde ihr eigentümlich zumute. Ahnung nennt man das und wie es heißt, empfindet das jeder, der gefressen werden soll. Sie wusste gar nicht, was tun und sagen und sah sich ganz ängstlich in der Stube um. Der Wolf zog die Decke übers halbe Gesicht und anstatt sie gleich zu fressen, wie die Großmutter, sagte der alte Sünder mit verstellter Stimme, Mein liebes Rotkäppchen, stell die Sachen hin, kleide dich aus und lege dich zu mir ins Bett. Zitternd gehorchte das Rotkäppchen, kleidete sich aus und legte sich ins Bett zu dem alten Sünder. Ach, dachte sie, es ist mir, als hätte ich Unrecht getan, dass ich der Mutter nicht gehorchte und dass ich nicht den geraden Weg gegangen bin. Und wie sie die Decke aufhob, war sie erstaunt über das Aussehen der Großmutter. Aber Großmutter, was hast du für lange Arme? Dass ich dich besser umarmen kann. Aber Großmutter, was hast du für lange Ohren? Dass ich dich besser hören kann. Aber Großmutter, was hast du für große Augen? Dass ich dich besser sehen kann. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzliches Maul, dass ich dich besser fressen kann. Und wie er das sagte, fraß er sie auf. Aber das wäre eine ganz traurige Geschichte, wenn sie so enden sollte. Und da gäbe es ja gar keine Gerechtigkeit auf Erden, wenn die Wölfe die Rotkäppchen so ungestraft fressen könnten. Gerechtigkeit muss sein. Und so war es. Der Wolf schlief ein, als hätte er das beste Gewissen, denn sein Grundsatz war, ein guter Bissen ist das beste Ruhekissen. Und schnarchte, dass der Wald davon wiederhallte. Dieses Schnarchen war sein Verderben. Der Jäger hörte es und kam herbei, ohne zu wissen, dass er in diesem Moment die göttliche Gerechtigkeit vorstellte, wie es überhaupt wenige Menschen wissen, was sie vorstellen. Erst glaubte er, es sei die alte Frau, die so schnarchte. Wie er aber sah, dass es der Wolf war, sagte er sich, dass er gewiss etwas im Leibe habe, zog leise sein großes Messer hervor und schnitt ihm den Bauch auf. Da sprang nicht nur das Rotkäppchen, sondern auch die Großmutter heraus. Der Wolf, dem nichts so unangenehm war wie ein leerer Bauch, er wachte und machte große Augen, als er die Großmutter und Rotkäppchen vor sich stehen sah. Er war sehr empört, dass man es wagte, ihm wiederzunehmen, worauf er sich mit seinen Zähnen ein Recht erworben. Er wollte eben seine Stimme erheben, um sich zu widersetzen und sein Recht zu wahren, als ihn der Jäger niederschoss. Denn, sagte der Jäger, das Laster muss am Ende bestraft werden, anders geht es nicht. Rotkäppchen aber wich nie wieder vom geraden Wege ab und der Großmutter hatten der heilsame Schreck und der Aufenthalt im warmen Leibe des Wolfes sehr gut getan, dass sie nie wieder den Schnupfen bekam. So wurde beiderseitig die Unschuld gerettet. Damit aber auch die Tugend belohnt wurde, trank der Jäger allen Wein aus, den Rotkäppchen mitgebracht hatte. Riquet mit dem Schopf Riquet, der Königssohn, kam so hässlich und schlecht gebaut zur Welt, dass die Hofdamen, die sich mit dem Bekannten »Oh, das prächtige Kind« oder »Oh, das liebe Kind« auf den Lippen der Wiege näherten, plötzlich verstummten und mit einem verlegenen Lächeln davonschlichen, um draußen vor der Türe von der hohen Wöchnerin ungesehen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was ihn neben seiner Hässlichkeit noch auszeichnete, war ein Haarschopf über der Stirne, den er fix und fertig mit in die Welt brachte, weshalb man ihn auch »Riquet mit dem Schopf« nannte. Die Königin war über die Hässlichkeit ihres Sohnes in Verzweiflung, aber die Fee, die ihr in der schweren Stunde Beistand leistete, tröstete sie und versicherte, dass der hässliche Junge nichtsdestoweniger einen liebenswürdigen Kavalier ausmachen werde, von wegen des vielen Geistes, den er haben werde. Und sofort beschenkte sie ihn auch mit der Fähigkeit der Person, die er dermal einst lieben werde, so viel Geist leihen zu können, als er selbst haben werde, ohne darum dümmer zu werden. Denn der Geist ist wie ein Licht, an dem sich viele hundert Lichter entzünden können, ohne dass darum das Erste an Leuchtkraft verliere. Dieses tröstete die königliche Mutter ein wenig und ganz beruhigte sie sich, als der kleine hässliche Prinz in der Tat bald die schönsten Zeichen von Geist und Verstand an den Tag legte. Er sagte so viele schöne Sachen und er tat alles, was er tat, mit so viel Anmut und Geschick, dass man bei Hof und in der Stadt von nichts anderem zu erzählen wusste. Alle Welt war von ihm entzückt und den Schopf über seiner Stirn erklärte man damit, dass so viel Geist in seinem Kopf allein nicht Platz genug gehabt hätte und dass ihm daher die Natur den Schopf als eine besondere Vorratskammer beigegeben. Als er ungefähr sieben bis acht Jahre alt war, setzte die Königin eines benachbarten Reiches zwei kleine Prinzesslein auf einmal in die Welt. Diejenige, welche zuerst das Tageslicht erblickte, war so schön, dass die Königin vor Freude darüber beinahe den Verstand verloren hätte. Um der allzu großen Freude, die ihr hätte schaden können, einen Dämpfer aufzusetzen, versicherte die Fee, die ihr Beistand leistete, dieselbe, die bei der Geburt Riketz mit dem Schopf zugegen gewesen, dass dafür gesorgt sei, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und dass die Prinzessin ebenso dumm als schön sein werde. Die Königin hatte kaum Zeit, sich von dem Schrecken, den ihr diese Worte der Fee einflößten, zu erholen, als sie schon einen zweiten, weit Ärgeren erleben sollte, denn die zweite Prinzessin, die jetzt zum Vorschein kam, war ein Ausbund von Hässlichkeit. Die Königin war so verzweifelt wie jene andere, als sie Riket mit dem Schöpf gebar und jammerte gewaltig. Euer Majestät können sich doch trösten, meinte die Fee, denn die Prinzessin wird so viel Verstand haben, dass man darüber ihre Hässlichkeit vergessen wird. Gott gebe es, seufzte die Königin, aber könnte man nicht etwas tun, damit die andere, die so schön ist, auch ein klein wenig davon bekäme? In dieser Beziehung, versicherte die Fee, bin ich ohnmächtig, meine Macht erstreckt sich nicht nur auf die Schönheit. Um Euer Majestät zu zeigen, dass ich mein Möglichstes leisten will, beschenke ich die schöne Prinzessin mit der Kraft, eine beliebige Person mit Schönheit auszustatten. Wie nun die beiden Prinzessinnen heranwuchsen, wuchsen auch ihre guten Eigenschaften mit ihnen, und man sprach überall von der Schönheit der Älteren und überfreilich wuchsen auch ihre Fehler mit den Jahren. Die Jüngere wurde zusehends hässlicher, die Ältere von Tag zu Tag dümmer. Sie wusste entweder gar nichts zu sagen, oder sie sagte eine Dummheit. Sie konnte nichts in die Hand nehmen, ohne es zu zerbrechen. Sie trank kein Glas Wasser, ohne sich zu begießen, und von Lernen war gar nicht die Rede. Schönheit besitzt Jüngere in jeder Gesellschaft immer oben auf. Anfangs sammelte man sich um die Ältere, um sie anzusehen und ihre Schönheit zu bewundern. Bald aber wandte man sich der Jüngeren zu, um ihr zuzuhören, da sie stets ganze Feuerwerke von Witz los ließ, und nach einer Viertelstunde war die Schöne allein, während sich alles um die Hässliche drängte. Die Dumme merkte das trotz aller für den halben Geist ihrer Schwester hingegeben. Die Frau Mutter war selbst dumm genug, ihr ihrer Dummheit wegen Vorwürfe zu machen, was der armen Prinzessin den größten Kummer verursachte. Eines Tages, als sie sich mit ihrem Kummer in der Einsamkeit des Waldes zurückzog, trat plötzlich ein kleiner, sehr hässlicher, sehr unangenehm aussehender, aber prächtig gekleideter Mann auf sie zu. aufgeputzte Vogelscheuche war der junge Prinz Riquet mit dem Schopf, der sich nach dem Porträt, die man überall von der schönen Prinzessin verkaufte, in sie verliebt hatte und der eigens hierher kam, um sie leibhaftig zu sehen und mit ihr zu sprechen. Überaus froh, sie so allein zu finden, näherte er sich ihr auf die achtungsvollste und gebildetste Weise. Klug wie er war, bemerkte er bald ihre tiefe Traurigkeit und sprach, unbegreiflich, o Herren, ist es, dass eine so schöne Person so traurig sein kann, wie es euer Herrlichkeit zu sein scheinen, denn wahrlich, wie viele ausgezeichnet schöne Frauenzimmer ich in meinem Leben schon zu bewundern das Vergnügen hatte, so ist doch keine unter ihnen, die sich mit der Schönheit von euer Gnaden im Entferntesten zu vergleichen oder zu messen im Stande sein dürfte. Ihr seid gütig, mein Herr, sagte die Prinzessin und nichts weiter. Schönheit, nahm Riquet wieder das Wort, ist ein so großer Vorzug, dass sie alles andere ersetzen muss. Wer Schönheit besitzt, sollte sich meiner Meinung nach durch nichts betrüben lassen dürfen. Mir wäre es lieber, sagte die Prinzessin, ich wäre so hässlich wie ihr und hätte Verstand, statt schön zu sein, wie ich bin und dabei so dumm, wie ich es leider ebenfalls bin. Nichts Hoheit, sagte Riquet darauf. Nichts beweist so sehr, dass man Verstand hat, als der Glaube keinen zu besitzen und es liegt in der Natur der Sache, dass wer Geist hat, immer nicht genug haben kann und sich einbildet, gar keinen zu haben. Das verstehe ich nicht, erwiderte sie. Ich weiß nur, dass ich sehr dumm bin und das macht mich so außerordentlich traurig. Wenn es nichts ist als das, o Herren, so kann ich eurer Trauer leicht ein Ende machen. Wie wollt ihr macht, so viel Geist als der Mensch nur vertragen kann, derjenigen Person zu übermachen, die ich zu lieben gezwungen bin. Und da ihr diejenige Person seid, so hängt es nur von euch ab, so viel Geist zu bekommen, als der Mensch Menschen möglicherweise überhaupt haben kann, allerdings unter der einzigen Bedingung, dass ihr mich gütigst heiraten wollt. Die Prinzessin stand verblüfft und sagte nichts. Ich sehe, sagte Riquet mit dem Schopf schmerzlich lächelnd, dass euch dieser Antrag stutzig macht und ich verwundere mich darüber nicht im Mindesten, doch gebe ich euch ein ganzes Jahr Bedenkzeit. Die Prinzessin hatte so wenig Verstand und dabei so große Lust Wäldchen zu haben, dass sie sich das Ende eines Jahres gar nicht vorstellen konnte und so ging sie auf den Antrag ein. Sie hatte kaum das Wort ausgesprochen, dass ihre Käh mit dem Schopf in einem Jahr heiraten wolle, als sie sich wie in einer anderen Haut fühlte. Sie war überrascht, mit welcher unglaublichen Leichtigkeit ihr die Gedanken kamen und sie dieselben aussprach, wie fein, gewandt und natürlich sie sich ausdrückte. Sie fädelte ein so lebhaftes und inhaltsreiches Gespräch ein, sie war so witzig, glänzend und scharfsinnig, dass Riquet mit dem Schopf fast besorgt war, er habe ihr mehr Verstand gegeben, als gewesen wäre. Bei Hofe konnte man sich über die plötzliche Verwandlung der Prinzessin nicht genug verwundern. Denn kommt es auch alle Tage vor, dass kluge Leute Dummheiten sagen oder sogar ganz dumm werden, so gehört die Verwandlung dummer Leute in Geistreiche doch zu den größten Seltenheiten und so ist etwas der Art höchstens alle tausend Jahre einmal vorgekommen. Die Prinzessin sagte jetzt ebenso viele Gescheithalten wie sie früher Albernheiten gesagt hatte. Das war eine allgemeine Freude und Lustbarkeit. Nur die jüngere Prinzessin hatte keine Ursache sich zu freuen, denn nunmehr hatte sie vor der Ältesten nichts voraus und sie erschien jetzt neben ihr als nichts anderes denn als eine hässliche verfehlte Kreatur. Der König richtete sich nach dem Rate der plötzlich so klug gewordenen älteren Tochter. Manchmal schloss er sich stundenlang mit ihr ein, um ihre Ansichten über die wichtigsten Staatsangelegenheiten entgegenzunehmen und dann so zu tun, als wären es seine eigenen Ansichten. Da sich das Gerücht von dieser wunderbaren Umwandlung der Prinzessin rasch durch die Welt verbreitete, strömten die Prinzen von allen Seiten herbei, sich um die Hand einer so schönen und geistreichen Prinzessin zu bewerben. Aber unter allen war kein einziger, der ihr geistreich genug erschienen wäre. Doch kam endlich ein so mächtiger, reicher, verständiger und schöner Königssohn, dass sie nicht umhin konnte und sich mit ihrem Herzen ihm zuneigte. Der König, der das bemerkte, sagte, dass er ihr vollkommen freie Wahl lasse. Da man aber, je gescheiter man ist, desto schwerer in Heiratsangelegenheiten sich entscheidet, dankte sie ihrem Vater und bat ihn, ihr Zeit zu lassen. Um reiflicher und ungestörter über die Sache nachzudenken, ging sie in den Wald, zufällig in denselben, indem sie die Bekanntschaft Riqués mit dem Schopf gemacht hatte. Da hörte sie mitten durch ihre tiefe Nachdenklichkeit von unten herauf ein dumpfes Geräusch, wie hergehen und sich viel zu schaffen machen. Wie sie aufmerksam hinheuchte, vernahm sie, wie jemand sagte, bring jene Pfanne, ein anderer, hol den Kessel, ein dritter, lege Holz ins Feuer und sofort. Der Boden öffnete sich zu ihren Füßen und sie sah in eine große Küche, voll von Köchen, Küchenjungen und Hofdirnen, die beschäftigt waren, ein großes Festmahl herzurichten. An 20 bis 30 oberste Hofbratenbereiter kamen hervor, marschierten unter den Bäumen hin, gruppierten sich mit Spicknadeln, Haken, Messern und solchen Waffen in den Händen um einen großen Tisch und fingen nach dem Takte eines melodischen Gesangs zu arbeiten an. Ganz erstaunt fragte die Prinzessin, für wen sie sich so bemühten. Wir arbeiten, antwortete einer derselben, für den Prinzen Riquet mit dem Schopf, der sich morgen zu verheiraten gedenkt. Da war die Prinzessin noch mehr erstaunt. Sie erinnerte sich, dass morgen das Jahr um sei und dass sie versprochen ermaßen den hässlichen Prinzen heiraten solle. Sie fiel aus den Wolken. Sie hatte die ganze Geschichte vergessen, weil sie damals, als sie das Versprechen gegeben, ein Dummkopf gewesen und weil sie von dem Augenblick an, da sie von ihm Verstand erhalten, alles aus der Zeit ihrer Dummheit vergessen. Nachdenklich ging sie weiter, aber nach kaum dreißig Schritten begegnete sie Riquet mit dem Schopf, der sich ihr kecklich und schön aufgeputzt vorstellte, wie ein Prinz, der eben im Begriff steht, in den heiligen Ehe standzutreten. Ihr seht, Prinzessin, sagte er lächelnd, wie glücklich ich bin und ich zweifle nicht, dass ihr ebenfalls hierher kommt, um euer Wort einzulösen und mich, indem ihr mir eure Hand reicht, zum glücklichsten aller Sterblichen zu machen. Ich gestehe euch, sagte die Prinzessin verlegen, dass ich in dieser Angelegenheit noch zu keinem Entschluss gelangt bin und ich glaube nicht, dass ich mich je so, werde entschließen können. Ihr setzt mich in Erstaunen, sagte Riquet mit dem Schopfer. Das glaube ich, versicherte die Prinzessin, und ich gebe zu, wenn ich es mit einem ungebildeten Manne, mit einem Manne ohne Geist zu tun hätte, ich mich in diesem Augenblicke in großer Verlegenheit befände. Eine Prinzessin muss vor allem ihr Wort halten, rief er dagegen. Ihr müsst mich heiraten, weil ihr es versprochen habt. Sie erwiderte, Derjenige, zu dem ich hier zu sprechen die Ehre habe, ist der geistreichste Mann der Welt, und so bin ich gewiss, dass er Vernunft annehmen wird. Ihr wisst, dass ich mich, selbst als ich dumm war, nicht entschließen konnte, euch zu heiraten. Wie wollt ihr nun, dass ich jetzt mit dem Geiste, den ihr mir gegeben war, wenn ihr mich auf jeden Fall heiraten wollt, so hattet ihr Unrecht, mir meine Dummheit zu benehmen und mir Licht aufzustecken, bei denen ich die Dinge deutlicher sehe als zuvor. Und Riquet mit dem Schopf darauf, wenn es einem Dummkopf wohl anstände, wie ihr anzudeuten die Güte hattet, euch beim Wort zu nehmen, warum sollt ihr es mir verdenken, oh ist es vernünftig, dass Leute von Geist vor solchen, die keinen haben, im Nachteil bleiben sollen? Wollt ihr das behaupten, ihr, die so viel besitzt und die sich so sehr nach dem Geiste gesehnt hat? Allein der Worte sind genug gewechselt, zur Sache, wenn ihr nichts dagegen habt, von meiner Hässlichkeit abgesehen, missfällt euch etwas an mir? Genügen euch nicht meine Herkunft, mein Geist, mein Charakter, meine Manieren? Oh, rief die Prinzessin, alles was ihr nennt, kann ich an euch nur bewundern. Wenn dem so ist, rief Riquet mit dem Schopf noch lauter, dann bin ich meines Glückes gewiss, denn ihr könnt mich in den liebenswertesten der Männer umgestalten. Wie soll das möglich sein? Ihr werdet es möglich machen, versicherte Riquet. Wenn ihr mich genugsam liebt, um zu wünschen, dass es so sei, um der Sache und allen Zweifeln ein Ende zu machen, erfahret hiermit, dass dieselbe Fee, die mir am Tage meiner Geburt die Kraft verlieh, die Person, die ich lieben werde, mit Geist und Verstand auszustatten, euch, o meine Angebetete, die Fähigkeit bescherte, dem, den ihr auswählen und dem ihr eure Gunst gewähren wollt, mit Schönheit zu begaben. Oh, jubelte die Prinzessin, wenn sich die Dinge so verhalten, dann wünsche ich von ganzem Herzen, dass ihr der schönste, der reizendste, der liebenswürdigste aller Prinzen werdet und dass die Feengabe an euch aufs glänzendste und verschwenderischste ihren Zauber bewahrheitet. Schon stand Riquet mit schlankeste, bestgebaute, reizendste Ritter vor ihren Augen. Es gibt Leute, die behaupten, dass Riquet nach wie vor eine Vogelscheuche geblieben und dass nicht der Zauber der Fee, sondern der Zauber der Liebe allein diese Verwandlung bewirkt habe. Aber wie immer sich die Sache verhalten möge, so viel steht fest, dass die Prinzessin sofort in die dargebotene Hand einschlug und am folgenden Tage wurde die Hochzeit gefeiert, wie es Riquet mit dem Schopf vorausgesehen und vorbereitet hatte. Das Dornröschen oder die schlafende Schöne im Wald. Da war in alten Zeiten, in sehr alten Zeiten, ein König und eine Königin. Die hatten alles, nur keine Kinder. Endlich, nach jahrelangem Warten, ward ihre Sehnsucht gestellt, ihr höchster Wunsch erfüllt. Die Königin gebar eine Prinzessin. Man richtete eine große Taufe her und lud dazu sämtliche sieben Feen des Landes. Nach der Taufe begab man sich in den Saal zu einem großen Festessen. Jeder der sieben Feen legte man ein herrliches goldenes mit Diamanten und Rubinen besetztes Besteck vor. Messer, Gabel und Löffel in einem prächtigen Futteral. Als schon alles am Tische saß, trat plötzlich noch eine alte Fee ein, die nicht eingeladen war und die man vergessen hatte, weil man seit mehr als hundert Jahren nichts von ihr wusste und sie für tot oder verschollen hielt. Man bat sie Platz zu nehmen, aber betreffs des goldenen Bestecks war der Königin großer Verlegenheit, denn schon damals hatten die Könige nicht immer so viel Geld, wie sie brauchten. Man legte ihr also ein gewöhnliches Besteck vor und entschuldigte sich. Die alte Fee aber fühlte sich beleidigt, murmelte etwas zwischen den falschen Zähnen und machte ein böses Gesicht. Eine der Jüngeren bemerkte das und besorgt, dass die Alte der Prinzessin irgendwas Böses erfinden und anwünschen könnte, versteckte sie sich hinter einem Vorhang, um im entscheidenden Moment hervorzutreten und den bösen Zauber so viel wie möglich zu entkräften. Gleich nach Tische gingen die Feen, die wussten, wozu sie geladen waren, an ihr Geschäft und fingen an, die Prinzessin zu beschenken. Und zwar mit allen jenen Eigenschaften, die eine Mutter vor allem ihren Töchtern anwünscht, damit es so bald wie möglich den Leuten in die Augen falle und eine gute Partie Mache. Die erste Fee sagte, werde die schönste Person der Welt. Die zweite sei so geistreich wie möglich, ohne unausstehlich zu werden. Die dritte was du tust und wie du's tust soll Mode werden. Die vierte alle neuen Tänze sollst du gleich so vortrefflich tanzen, als hättest du nie etwas anderes gelernt und niemals sollst du sitzen bleiben. Die fünfte singe wie eine Nachtigall. Die sechste spiele ausgezeichnet Klavier zweihändig, vierhändig, sechshändig, achthändig, selbst einhändig. Jetzt war die Reihe an der alten Fee und ganz ärgerlich darüber, dass es ein so junges und perfektes Frauenzimmer geben solle, rief sie die Prinzessin soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen. Diese schreckliche Bescherung erfüllte die ganze Gesellschaft mit Entsetzen und alles fing zu weinen und zu jammern an. »Nur nur ruhig, nur ruhig«, rief die junge Fee, die plötzlich hinter dem Vorhang hervortrat. »Beruhigt euch, Herr König und ihr, Frau Königin, ich habe auch noch etwas zu sagen, denn es ist nicht meine Art, der Alten das letzte Wort zu lassen. Zwar kann man das Übel, das alte Weiber mit bösen Worten anrichten nicht immer ungeschehen machen, aber lindern und mindern kann es manchmal eine gute Fee. Und so soll die Königstochter nicht sterben an dem Spindelstich, sondern nur in einen tiefen, 100 Jahre dauernden Schlaf versinken. Nach diesen 100 Jahren wird sie ein wunderschöner Königssohn erlösen und aus dem Schlafe wecken. Der König glaubte mit Verboten und Drohungen alles durchsetzen zu können und um das Unglück Spinnen und jede Hantierung mit Spindeln im ganzen Reiche aufs strengste untersagte und Verbannung und Verbrennung sämtlicher Spindeln anordnete. Und sobald das Gesetz ergangen war, verließ sich der König auf seine Beamten und war ganz ruhig. Als die Prinzessin 15 Jahre alt war, machte der König mit seiner Königin eine Reise und die Prinzessin, die nun von ihrer Dienerschaft wacht wurde, benützte ihre Freiheit, um sich im Schlosse näher umzusehen. Sie lief Trepp auf, Trepp ab, durch Stuben und Kammern und kam zuletzt in einen alten Turm. Sie stieg die Wendeltreppe hinauf und gelangte hoch oben in ein kleines Gemach. Da saß seine gute alte Frau und spann emsig ihren Flachs. Gute alte Frau, fragte die Prinzessin verwundert. Was machst du da? Ich spinne meinen Flachs. Und was ist das für ein Ding, das da so lustig tanzt und springt und sich dreht wie im Tanze? fragte die Prinzessin und griff nach der Spindel. Kaum hatte sie die Spindel berührt, so stach sie sich, fiel hin und sank in einen tiefen Schlaf. Und in demselben Augenblicke schlief mit ihr alles ein, was im Schlosse war. Die Kammerherren, die Hofdamen, die Möpse, die Jagdhunde, die Leibkatzen, die Kammermädchen, die Hofmusizi, die Pferde im Stalle, die Schwalbe im Neste, die Nachtigall im Busche, die Taube auf dem Dache, die Pagen, die Türsteher, die Hundejungen, die Läufer, die Köche und Küchenjungen, die Beschließerin, das Feuer auf dem Herde, das Wasser am Rohrbrunnen und im Springbrunnen, selbst Blumen, Büsche und Bäume und selbst der Wind, der eben über das Schloss wehte, alles in der Stellung und Lage, die es eben hatte, als die Prinzessin in Schlaf sank. Rings um das Schloss aber begann es zu sprossen, zu wachsen und zu treiben und bald war es von einer dichten, undurchdringlichen Dornhecke umgeben und um die Dornhecke wiederum wuchs ein gewaltiger, so hoher Wald, dass kaum die Turmspitze des Schlosses und diese auch nur aus weiter Ferne sichtbar blieben und und Bäume Sträucher Dornhecken und Schlingpflanzen aller Art woben und schlangen sich so ineinander, dass in das Schloss gar nicht so gelangen war und dass man es im Lande nach und nach ganz vergaß. Nur die Sage erzählte noch, dass hinter der Hecke ein wunderschönes Schloss stehe und dass in dem Schlosse eine wunderschöne Prinzessin schlafe und diese Prinzessin nannte man nach der Dornhecke die ihren Schlaf beschütze das Dornröschen Die Sage von dem wunderschönen Schloss und der wunderschönen Königstochter lockte viele tapfere Königsöhne herbei, welche den besten Willen hatten in das Schloss zu dringen und Dornröschen zu erlösen aber sie blieben in der Dornhecke hängen zappelten sich vergebens ab und starben eines jämmerlichen Todes Der Weg zum Glück ist immer ein Dorniger und voll von Hindernissen und noch dorniger und reicher an Hindernissen ist der Weg zur Schönheit welche erlöst werden die Augen aufschlagen und die Welt mit ihrem Lächeln und Blick erheitern soll Jeder hat Lust zu einer solchen Erlösung Aber wenige haben die Kraft und am Ende nützt alle Kraft nichts wenn nicht die rechte Stunde gekommen und zur rechten Stunde der rechte Mann Der rechte Mann aber war ein Königssohn der gerade hundert Jahre nachdem Dornröschen eingeschlafen war in die Gegend kam angeblich der Jagdwegen in der Tat aber weil er gehört hatte dass hier eine große Schönheit zu erlösen und ein herrliches Reich voll Schönheit zu gewinnen sei Der Wald sah erschrecklich aus und noch erschrecklicher war was man ihm erzählte von den unzähligen Königssöhnen die in den Dornenhecken wie in Schlingen hängen geblieben und sich zu Tode gezappelt von den bösen Geistern die in dem Schlosse umgehen und jeden Eindringling zerreißen sollten von einem bösen Riesen der es bewohnte und Kinder und Erwachsene Fresse aber all das konnte den tapferen Königssohn der sich für berufen und auserwählt hielt und eine unendliche Sehnsucht nach dem Dornröschen empfand nicht abhalten lieber sterben dachte er eilt sein Ideal nicht erreichen Er tat was in solchen Fällen am zweckmässigsten ist er ging drauf los und siehe da die fürchterlichen Hecken die alten Bäume das Gestrüpp die dornigen Wänder alles öffnete sich ihm wie weite Flügeltüren die dienstfertige Bediente vor ihm aufgestoßen hätten auffallend war dass die Hecken und Gesträuche sich gleich hinter ihm schlossen und nur ihn ihn allein durchließen während sie vor den Nasen seiner Leute die ihm folgten wieder zusammenschlugen als ob sie sagen wollten da könnte jeder kommen neu ermutigt schritt er weiter wohl fühlend dass er von den anderen etwas voraus hatte und dass ihn eine geheimnisvolle Macht begünstigte endlich kam er an ein prächtiges tor und durch das tor in einen hof dann in einen zweiten hof dann an eine große treppe die stieg er hinauf und gelangte in einen vorsaal dann in einen pracht saal dann in einen zweiten dritten vierten saal einer immer schöner als der andere überall auf seinem wege vom tor angefangen standen saßen lagen oder befanden sich in den verschiedensten stellungen des gehens laufens und allerlei handelns wie gefroren türsteher wachen bediente hofleute jeglicher art zu fuß auch zu ross alles schlafend der königssohn kümmerte sich nicht um die menge ebenso wenig ließ er sich durch die unheimliche stille die rings um ihn herrschte anfechten obwohl manches gar kurios und schön anzusehen gewesen wäre wie der page so schön an dem türpfosten lehnte oder wie der efeu sich um das waldhorn des jägerburschens geschlungen hatte wie der springbrunnen als wäre er aus kristall steif und fest in der luft stand und andere der gleichen wunder ihn trieb es weiter und aus den sälen kam er in die gemächer in eine lange reihe von gemächern alle mit gold seide zindel schnitzwerk bildern und allen schönen dingen geschmückt etwas altmodisch aber recht malerisch und höchst interessant er hätte mit einiger geduld in diesen gemächern allerlei lernen können aber er hatte etwas besseres zu tun als altes zeug zu studieren er wollte die schönheit sehen mit augen so wanderte er weiter bis er in eine vergoldete schlafkammer trat und da bot sich ihm ein schauspiel dar wie er dergleichen nie gesehen in einem bett dessen vorhänge ganz zurückgezogen waren lag dornröschen frisch und gesund und schön wie milch und rosen es ging ordentlich ein glanz von ihr aus der das ganze zimmer mit licht erfüllte ihre brust hob sich sanft wie ein leiser schlummer ihre lippen lächelten und bewegten sich als wollte sie etwas recht angenehmes sagen der königssohn stand wie verzaubert und wusste nicht was beginnen endlich aber nachdem er wohl eine viertelstunde so im anschein des herrlichen bildes dagestanden fasste er sich beugte sich zu ihr herab und drückte auf ihre lippen einen herzhaften kuss dornröschen dornröschen war erlöst sie tat als wüsste sie gar nicht auf welche weise sie erlöst worden blinzelte eine sekunde lang und schlug dann endlich die augen ganz auf die schönen großen blauen augen dann sagte sie indem sie die hand vor den ein klein wenig gähnenden mund hielt sind sie es mein prinz sie haben recht lange auf sich warten lassen mein prinz man konnte nicht angenehmer angezankt werden und in der tat war der prinz ganz entzückt von dem vorwurf von dem vornehmen gähnen von ihrer schönen haut von ihren augen kurz von allem was er sah hörte fühlte und er überlegte es sich nicht lange sank vor ihr aufs knie und erklärte ihr seine lieber was umso schöner klang je ungeordneter verwirrter es zum vorschein kam mittlerweile war als dornröschen die augen aufgeschlagen auch das ganze schloss und alles was mit ihr eingeschlafen wieder erwacht wie es sich für eine gute dienerschaft zähmt jedermann ging an sein amt und an seine pflicht da aber die herzen der hofleute nicht so beschäftigt waren wie das herz ihrer herrschaft machten sich ihre magen die hundert volle jahre gefastet hatten desto empfindlicher geltend sie bellten förmlich vor hunger und die erste hofdame war so hungrig wie der letzte schweizer und hundejunge und sie stürzte ins gemach der liebenden und verkündete dass die suppe aufgetragen sei der königssohn halfdornröschen deren glieder noch immer etwas eingeschlafen waren aus dem bette sie war ganz angekleidet wobei er bemerkte dass ihre toilette die größte ähnlichkeit hatte mit der seiner seligen großmutter aber er hütete sich darüber ein wörtchen zu verlieren er ging sogar so weit ihre veraltete tracht von anno dazumal auf feine Weise zu loben was ihm in ihren augen gewiss nicht schadete obwohl sie tat als läge ihr an solchen kleinigkeiten wie kleider und putz nicht das allermindeste zierlich ihre hand fassend führte er sie in einen großen spiegelsaal wo bereits die ganze hofgesellschaft versammelt und ein gutes nachtessen aufgetragen war geigen und pfeifen spielten schöne alte weisen auf die dornröschen wohl kannte die dem prinzen aber wie eine musik aus einer anderen welt klangen nach tische wurde der hofprellat geholt und in der hofkapelle k〇 Ziemlich früh brach er auf um in die stadt zurück zu kehren da sein vater der alte könig nicht wusste was aus ihm er Er erzählte dem Alten die Geschichte, dass er sich auf der Jagd im Wald verirrt, in der bekannten Hütte des bekannten Köhlers übernachtet und da selbst das bekannte Schwarzbrot mit Käse gegessen habe. Trotzdem glaubte ihm der Vater, denn er gehörte zu jener Art von Leuten, die alles glauben. Der Mutter aber war nicht so leicht mit alten Köhlergeschichten etwas weiss zu machen und da der Königssohn immer wieder in den Wald ging und oft mehrere Nächte ausblieb, sagte sie sich, dass man solches nicht wegen Schwarzbrot und Käse zu tun pflege und dass dahinter etwas ganz anderes stecken müsse. Denn so ging es nun schon seit nicht weniger als zwei Jahren und Donröschen gebar zwei Kinder, deren Ältestes ein Mädchen war, namens Morgenröter, das Jüngere ein Knabe, der der helle Tag hieß, weil er noch schöner war als sein Schwesterchen. Als aber, wieder nach zwei Jahren, der alte König starb und sein Sohn den Thron bestieg, verkündete er laut seiner Heirat mit Donröschen und zog mit großem Pompei aus, um sie und die Kinder aus dem Waldschlosse abzuholen. Sie hielt einen prachtvollen Einzug in die Hauptstadt. Glockengeläute, Kanonendonner, Blumen, Triumphbogen, weißgekleidete Jungfrauen, viele Soldaten. Alles war da. Bald darauf musste der König in den Krieg und er übergab für die Zeit seiner Abwesenheit die Regentschaft der Königsmutter, in dem er ihr zugleich sein Weib und seine Kinder besonders ans Herz legte. Sie versprach alles Gute. Aber kaum war der König abgezogen, als sie schon Donröschen mit ihren Kindern aufs Land schickte, in ein Landhaus, das mitten im düstern, düstern Walde lag. Dort dachte sie ihre böse Lust auf leichtere und unentdeckte Weise büßen zu können. Nach einigen Tagen folgte sie und eines Abends sagte sie zu ihrem Haushofmeister, »Morgen zum Mittag will ich die kleine Morgenröte verspeisen.« »Ach, Majestät!« schrie der Haushofmeister erschrocken. »Ich will es, ich geruhe es!« rief die Königin in einem Menschenfresserton, der zugleich besagte, »und dass die Soße ja recht gut sei!« Der arme Mann sah ein, dass hier nicht zu spaßen war, nahm sein großes Messer und stieg hinauf in das Zimmer der kleinen Morgenröte. Das gute Kind war eben vier Jahre alt, sprang und lachte und warf sich lachend an seinen Hals und fragte ihn, ob er Zuckerwerk mitbringe. Er fing zu weinen an, ließ das Messer fallen und lief in den Hof und schnitt einem kleinen Schäflein den Hals ab und machte eine so gute Soße dazu, dass die Königin versicherte, ihr Lebtag nichts Besseres gegessen zu haben. Die kleine Morgenröte trug er in seine Wohnung im Hinterhofe und übergab sie seiner Frau, dass sie sie gut verstecken möge. Nach acht Tagen sagte die böse Königin wieder, »Heute Abend will ich den kleinen hellen Tag verspeisen!« Diesmal erwiderte der Haushofmeister nichts. Er dachte sich nur, »Wart, dich betrüge ich wie das erste Mal!« Er holte den kleinen hellen Tag, der erst drei Jahre alt war und der eben mit einem Gewehr in der Hand Soldaten spielte und einen alten Affen einexerzierte, trug ihn zu seiner Frau, die ihn mit der kleinen Morgenröte versteckte und setzte der Orgerin anstatt des hellen Tages ein sehr zartes, gut zubereitetes junges Böcklein vor, das sie überaus wohlschmeckend fand. Bis dahin ging alles gut, aber eines Tages sagte die Königin zum Haushofmeister, »Ich will die Königin selber fressen, und zwar in derselben Soße wie die Kinder!« Jetzt war guter Rat teuer. Die hundert Jahre, die sie verschlafen hatte, nicht mitgerechnet, war Donröschen jetzt über zwanzig Jahre alt und ganz ausgewachsen. Wo in aller Welt ein Tier hernehmen, das man an ihrer Stadt der Königin vorsetzen könnte. In aller Verzweiflung und um sich selbst das Leben zu retten, beschloss er zu tun, wie die alte Königin befohlen, und die Junge abzuschlachten. Er redete sich in eine arge Wut hinein, und sehr wütend und mit dem Messer in der Hand brach er in die Stube der jungen Königin und sagte ihr, ohne dabei die schuldige Ehrfurcht außer Acht zu lassen, welchen Befehl er von der Königsmutter erhalten. Er meinte, sie werde sich sträuben, schreien und ihn ausschimpfen und ihm so die Sache erleichtern, indem sie ihn noch mehr wütend machen würde. Donröschen aber sagte gelassen, sanft und traurig, »Tut, was eures Amtes ist!« Und dabei streckte sie ihr schönes, weißes Hälzchen hin. »Vollstreckt die erhaltenen Befehle! Ich folge gern meinen armen Kindern, die ich so sehr geliebt habe!« Sie glaubte nämlich, die Kinder seien tot, seit man sie ihr entführt hatte. »Nein, nein!« rief der arme Haushofmeister außer sich vor Rührung. »Nein, ihr sollt nicht sterben, und eure Kinder sollt ihr auch wieder haben, denn ich habe sie versteckt, und die Alte soll statt eurer ein Reh zu fressen bekommen.« Sofort brachte er sie zu ihren Kindern, überließ sie ihrem Glücke und eilte, ein Rehherz zu richten, das die alte Königin mit demselben Appetit verspeiste, als ob es das appetitliche Donröschen selbst gewesen wäre. Nun alle ihre Gelüste gestillt und keine Morgenröte, kein heller Tag, kein Dornröschen mehr zu haben waren, fühlte sie sich befriedigt und ohne Furcht vor dem König, dem sie weismachen wollte, die hungrigen Wölfe hätten sein Weib und seine Kinder gefressen. Eines Abends, da sie wie gewöhnlich im Hofe herumschnüffelte nach frischem Fleische, hörte sie mit einem Mal aus einem unterirdischen Gemache die Stimme des kleinen hellen Tag, der da weinte, weil ihn die Mutter züchtigen wollte, und die Stimme der kleinen Morgenröte, die für ihr Brüderchen um Verzeihung bat. Die Orgerin erkannte die Stimmen der Königin und ihrer Kinder, und wütend auf die Weise, hinters Licht geführt und in ihren höchsten Freuden beeinträchtigt worden zu sein, schwur sie sich aufs Furchtbarste zu rächen. Und schon am nächsten Morgen befahl sie, dass man eine große Tonne in den Hof bringe und sie mit Kröten, Wiebern, Nattern und Schlangen aller Art anfülle, und die junge Königin und ihre Kinder und den Haushofmeister und dessen Frau und Magdhineinwerfer. Sie alle wurden, die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, herbeigeführt. Und da standen sie, und die Henker machten sich eben bereit, sie zu packen und in die Tonne zu werfen, als mit einem Male der König in den Hof sprengte. »Was geht hier vor?«, rief er beim Anblick dieses höchst sonderbaren Schauspiels. Aber kein Mensch hatte den Mut, ihm die Wahrheit zu sagen, und die alte Königin, entrüstet, sich im entscheidenden Augenblick so gestört zu sehen, stürzte sich nun selbst in die Tonne, wo sie alsbald von den scheußlichen Tieren aufgefressen wurde und ihren wohlverdienten Lohn erhielt. Der König aber war sehr glücklich mit seiner schönen Frau und seinen womöglich noch schöneren Kindern, die er nimmer verließ.